Im Iran zeichnet sich, ungeachtet der Appelle des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei, eine geringe Beteiligung an der Parlamentswahl ab. Die Zeitung Kamschari berichtete am Samstag, über 25 Millionen Wähler hätten am Freitag ihre Stimme abgegeben. Dies würde einer Wahlbeteiligung von rund 40 Prozent entsprechen. Auch offizielle Umfragen gehen davon aus, dass sich rund 41 Prozent der Iraner an dem Votum beteiligt haben. Offizielle Zahlen zur Wahlbeteiligung durch das Innenministerium lagen am Samstagmorgen noch nicht vor. Khamenei hatte die Stimmabgabe zur religiösen Pflicht erklärt. Die Augen von Irans Freunden und Feinden seien auf die Ergebnisse gerichtet, appellierte er am Freitag an die Bevölkerung. Die Regierung in Teheran setzt auf eine hohe Wahlbeteiligung, um sich zu legitimieren. Proteste in den vergangenen Jahren haben ihr Ansehen beschädigt.